Ein Mann geht mit seinem achtjährigen Sohn in eine Drogerie. Als sie an den Kondomen vorbeikommen, fragt der Sohn, Papa, was ist das? Etwas schüchtern antwortet der Vater, das sind Kondome, mein Sohn. Männer brauchen sie für sicheren Sex. Der Sohn antwortet, ach ja, davon habe ich in der Schule schon gehört. Dann nimmt er einen Dreierpack aus dem Regal und fragt, und warum sind hier drei Stück drin? Der Vater antwortet, die sind für große Schüler. Eins für Freitag, eins für Samstag, eins für Sonntag. Cool, sagt der Junge, schnappt eine Sechserpackung und fragt, warum da sechs Stück drin sind. Die sind für Studenten. Zwei für Freitag, zwei für Samstag, zwei für Sonntag. Wow, sagt der Junge und greift voller Ehrfurcht nach einer Zwölferpackung. Der Vater seufzt und sagt, die sind für verheiratete Männer. Eins für Januar, eins für Februar, eins für März. Teile deine Meinungen, verdiene echtes Geld. Trete dem größten Meinungsnetzwerk der Welt bei und lasse dich direkt von deinem Sofa aus belohnen. Bei api.neo.https.appinio.page.link-54vx